Hey Leute und willkommen zur Timelapse von Azyklovia, den Gewinner des Cup of Architects. Am Ende bekommt ihr dann die restlichen Infos zum Gewinnspiel. Viel Spaß mit dem Video und vergesst nicht die Pokale fürs Gewinnspiel zu zählen. Untertitelung. BR 2018 BR 2018 BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ein großes Danke geht nochmal an Flash to Boom, der sehr kurzfristig die Produktion der Timelapses übernommen hat. Nun zu den Infos zum Gewinnspiel. Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, müsst ihr den Cup of Architects oder den Pixelbeaster-Kanal abonniert haben. Wenn ihr beide Kanäle abonniert, verdoppelt sich eure Gewinnschance. Damit wir prüfen können, ob ihr einen der beiden oder sogar beide Kanäle abonniert habt, müsst ihr unbedingt eure abonnierten Kanäle in euren Einstellungen auf Öffentlich stellen. In der Videobeschreibung findet ihr in der ersten Zeile den Link zum Gewinnspielformular. Dort müsst ihr einfach die benötigten Felder ausfüllen und die Menge an Pokalen, welche ihr in den drei Timelapses gezählt habt, eintragen. Ebenso müsst ihr in dem Formular euren gewünschten Gewinn auswählen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und freuen uns, wenn ihr das Video bewertet und uns konstruktive Kritik darlassen würdet. Haut rein und vergesst nicht die Community-Besprechung am 9. April. Ciao, ciao!